so hallo wir machen weiter bei inferno um letztes mal haben wir das level vor der special world gespielt und jetzt sind wir in der special world weiß gar nicht ob ich schon gesehen auf die aussieht nein habe ich nicht okay das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 level und vielleicht dann noch das ding in der mitte als level weiß ich nicht nee das sind noch mal zwei level oben drüber sind es auch zwei damit die zwei punkte über dem fich das sind auch zwei naja okay dann let's go ludus volatilis kein schluck auf jetzt geht das schon gut los mensch beste aufnahme darf ich gar nicht drüber ich muss unter dem durch ja okay und jetzt frau ich den auch noch was ach auf den kann ich spin jumpen okay verstanden das sind in wirklichkeit felsen jetzt ergibt alles sinn und jetzt muss ich vor dem bestimmter runter ja okay wir spielen also mit kugeln damit richtig großen bellen spielst du ich muss davor herunter okay hat man schon eigentlich gecheckt und trotzdem wieder nicht gemacht so jetzt um sagt und durch die zweite muss ich bestimmt auch noch mitnehmen das war ironisch ja das hh am ende war die andeutung der ironie bin ich blöd habe ich dir nicht abgeschossen du hast ihn nach oben geworfen ah dann muss ich da schnell durch aber vor der kugel auch wieder oder rollt die die rollt automatisch einfach drüber die kugel kennt keine grenzen die kugel juckt das gar nicht okay ja dann passt das ja schon dann musste ich ja vorhin gar nicht schnell ja okay muss wegen dem block schnell sein aber nicht wegen der kugel nimm ihn doch dann nehmen in die hand können danke gehen weg dass der so schnell wieder aufhört sich zu drehen der turnblock ist auch schon frech kletter doch schon so schnell nach hinten wie es geht du hast ihn vorhin gar nicht getroffen ach so ach der geht kaputt ne ne der dreht sich schon nur passt schon ich hab den nicht getroffen hast du nicht getroffen weil der turnblock nicht on screen war oh ach so jetzt aber ach ich hab mich schon gewundert dass ich so langsam war so der muss sich alle aufdrehen wie so eine brücke ach das ist nur für den mond ok ich muss in das netz sein und dann den abspringen und mitnehmen bestimmt ach so jane jetzt habe ich das richtig jetzt habe ich es gecheckt die shell muss da hinten geschossen werden ich darf sie nicht stoppen dann macht die hier auf und dann kann ich da durchlaufen das ist ein cooles level haben wir jetzt eigentlich schon das level gespielt wo du meintest das ist das schlechteste es sind ja nur noch zwölf aber ist das jetzt ja schon dabei gewesen oder kommt es immer noch noch weil bisher wüsste ich immer noch keins was so schlecht gewesen sein soll ich denke bisher warst du mit allen leveln zufrieden die wir gesehen haben ja das werden wir am ende des let's plays erfahren ja vielleicht habe ich ja selber eins dann wo ich sage das fand ich schlecht weil bisher habe ich keins es gibt halt welche wo ich mich aufreg aber deswegen sind ja nicht schlecht so kann ja nicht mein eigenes unvermögen dafür verantwortlich machen äh umgekehrt ich weiß was ich sagen will ja es ist immer der hex schuld ich weiß schon na eben gerade nicht bewiehen infiri teste deine level felixen chosen es ariel ja gut felix sollte seine level wirklich testen bei dir läuft alles meistens außer es läuft mal nicht alles so jetzt nehmen doch ich habe jetzt doch eigentlich wirklich mehrfach berührt so dankeschön ich sollte noch gar nicht nehmen ja richtig shit ich muss den hier erst ich bin irritiert aber moment aber wenn ich jetzt zu schnell runter gehe ist er weg ja richtig ah dann muss ich hier und dann muss ich da und da hoch okay muss ich mich trotzdem gerade was fragen das war nicht die frage wollen mit dem pilz durch die stacheln kommen ja wahrscheinlich ist da hinten irgendwas was mich auffällt ich weiß es tatsächlich gar nicht hä wie kriege ich den ach so nee den muss ich wenn ich groß ach lol das ist ganz anders gedacht ich dachte ich brauche den pilz um durch die stein dinger zu kommen aber ich brauche den pilz um mich da durchzudrehen und ich brauche den block hier um da hoch zu kommen ja jetzt hätte ich den pilz und jetzt den muss ich auch noch kaputt machen irgendwie ja der block muss noch überleben eine weile jetzt ergibt alles sinn ok da muss ich noch viel schneller sein stopp stopp wieso verrätst du mir sowas weil ich dich nicht endlos mit diesem level foltern will du folterst mich nicht das level ist cool das level ist das schlechteste von allen was ist das das level was du gemeint hast ja und gerade in dem spreche ich es wieder an spannend nein warum denn also wirklich nicht doch jetzt mal ernsthaft was findest du an dem level denn so schlecht ja spiel das level mal ohne states und dann reagier mal auf die bälle jeweils das ist ziemlich nervig weil du ja immer nur schritt für schritt hier fortschritt machen kannst wenn man dann so wie du erstmal irgendwie zehn anläufe braucht um ja ein setup richtig zu verstehen dann sitzt du hier eine ewigkeit in dem level was eigentlich gar nicht so schwer sein soll ok und ästhetisch ist es auch eher mittelmäßig ok nö ich hatte es jetzt bisher also bisher finde ich das ist ein schönes ja ich mein gut klar ich spiele es ohne safe states aber mit mit safe states aber hätte ich jetzt nicht als weiß ich nicht aber interessant interessant dass wir das level jetzt gefunden haben ja wie gesagt wir werden es ja es unterscheidet sich sicherlich ob man es halt mit oder ohne safe states spielt aber wir werden es sicherlich erfahren ob du ein anderes level dafür hast welches du persönlich als das schlechteste bewährt ist also das ja also mir fällt es grundsätzlich immer schwer so was zu machen ach wenn das schüler eine 6 verdient hat dann gibt es das ihm einfach ja aber das ist genau aber das ist ja in mathe sehr sehr einfach weil ich daher bewertungskriterien habe die ich auch verstehe ja du hast ja auch ein bewertungs kriterium was du verstehst like oder dislike ja eben genau und das kann ich aber hier nicht weil ich da das da wird mir das viel zu schwer das wäre ist wie wenn ich jetzt eine deutsch arbeit oder so korrigieren müsste kann ich auch nicht in mathe ist halt klar so aufgabe nicht geschafft oder und ein teil von der aufgabe geschafft dann kann ich es entsprechend bepunkten aber hier das ist ja alles so subjektiv yes nein aber also wenn ich jetzt ernst übrigens auch noch eine sekunde am netz fahren dann ist der ball vorbei und was kein stress mehr dahin ja aber wenn ich jetzt aber wenn ich jetzt mir ein level aussuchen müsste was ich noch mal spielen müsste würde ich zum beispiel jetzt eher das hier noch mal spielen als das mit dem wasser am rand wenn ich nicht das mit dem wasser am rand sondern das mit dem wo die wo die plattform hoch und runter durch das wasser getrieben werden das meine ich das wäre jetzt so nicht mein favoriten level also jetzt aussuchen müsste welche sich noch mal spielen müsste aber deswegen ist es nicht schlecht so es ist jetzt einfach nichts wo ich sage das gimmick macht mir spaß alles hat mir schlag war kaner genau das hat mir schon in der demo nicht also wegen ja oder das mit dem licht an licht aus aber das liegt ja an meinen augen weil ich das anstrengend finde das hat mit dem level auch wieder nicht so viel zu tun aber das hier das spiel ich auch noch mal so ist nicht ja spiel das mal blind ohne safe states dann weißt du was für eine freude das level eigentlich ist ja das ist klar dass das wird also ohne es selbst ist sowieso alles anders aber ohne selbst jetzt könnte ich mir jetzt auch aqua kaner zum beispiel nicht mehr vorstellen bei aqua kaner kannst du dir immerhin so halbwegs anschauen was kommt und dann darauf reagieren hier wie gesagt wirst du einfach blind von einem setup ins nächste geworfen und stirbst erst mal und stirbst noch mal und es kommt ja unter dem aspekt verstehe ich was du sagst weil man halt nicht weiß was kommt ja okay und es eigentlich nicht auf anhieb schaffen kann richtig aber das hast du halt bei schwierigen mario maker hacks auch mario maker level zum beispiel auch wo es dann halt also wurde ja sogar so praktisch du hast hast um das zu sehen was kommt ach Mist ey ich weiß nicht ob practice doors dieses level besser machen würden das ist eine gute frage wie könnte man die denn hier eigentlich ein naja schwierig bei dem tetris ding hast du zum beispiel so ein bisschen vorgeführt immer was kommt ja richtig das hat halt damit zu tun da weil es halt ein tetris level ist ja man ich das kannst du hier nicht du kannst ja nicht einfach so ein bowling ball in die wand reinpacken und sagen springen wir da und darüber das stimmt das sind ja auch nur ganz kleine sachen die du praktisch vorgibst bei dem tetris ding den rest kann man dann wieder selber sehen aber ich krieg hier es gibt es noch nicht naja und jetzt stell dir das mal ohne sales vor und wenn der nächste die nächste phase dann kommt gleich wieder alles hier nochmal weil du das ja nicht auf anhieb schaffen kannst du willst ja ja ich verstehe ich verstehe das ich verstehe den gedankengang wie gesagt die ästhetik ist halt naja aber okay aber die außergewöhnlich aber naja dass ich immer wieder diesen anderen block treffe das gibt es doch nicht das ist doch schwer ob wir hin zu unfähig so nein jetzt reicht's ok ne ich krieg's nicht hin ich wollte ich wollte ein rewind machen aber hat nicht funktioniert aber das ist doch nicht so schwierig ich muss es doch nur hoch werfen und dann wieder ja der block geht auch kaputt wenn der ball unter dir liegt ja ja klar ich will es ja auch so fangen dass ich es ja das war schon besser aber leider war ich nicht am netz oh das ist jetzt nicht so gut ja richtig man sollte mindestens zwei davon kaputt machen jetzt passt's so state jetzt wurscht wollte es zwar abschnittsweise machen aber in dem fall zumindest ok äh ich muss den pilz bestimmt behalten go ok und jetzt muss ich rausfinden was jetzt kommt weil ich keine states hat normalerweise ich muss den pilz bestimmt immer noch behalten und ich darf den stern bestimmt nicht einsammeln was jetzt getan hätte weil ich nicht wusste dass er kommt ich verstehe schon was du meinst bist dann sind das halt irgendwie alles so puzzlige abschnitte die du halt ja eh zehnmal spielen musst bis du überhaupt verstehst was abgeht also mein freund hast du ja auch gesagt sagen wie du fach wieso verrätst du mir das weil du alleine nicht drauf gekommen wärst dass der pilz da einfach durchfahren darf das stimmt das ist so eine röhre die mich in den ja den raum hier führt aber wieso darf ich den stern eigentlich nicht ein also ach so war ich sonst ich komme sonst nicht da hoch ja verstanden jetzt brauche ich die shell eigentlich auch nur um darüber zu kommen für sonst nix hier ist dann ein p-switch da will ich am ende runter man ach wobei jetzt kann ich den stadt wobei ich brauche den dann bestimmt noch für was anderes später wait ich brauche die shell hier drüben kann ich einfach so rüber laufen nee ach ich brauche den cooper dafür den ich kaputt getrempelt habe ich sag mal nichts dazu ich lass dich das mal alleine rausfinden dann weißt du nämlich was für ein spaß das level ist ja gut dass man den cooper braucht ja wenn ich auch nachdenke wobei kann er da drüber laufen der ist umgedreht oder er ist umgedreht ist ja auch ein roter cooper dann muss ich den ok wartet dann muss ich dinge tun du bist ja richtig raffiniert hier heute ich möchte meinen es ist noch gar nicht nach mitternacht jetzt kommt er aber nicht das war zu weit scheiße kann der als roter darüber laufen ne auch nicht oh man nee okay dann muss ich den nochmal eine runde drehen lassen ja okay okay im moment wenn er rutscht kann ich nicht auf ihn drauf springen nee schade muss er erstmal wieder lebendig werden das ist jetzt doof hm muss der dann oh ich habe eine idee nee nee das haut nicht hin ich kann ihn ja nur rausschubsen aus der shell ich wollte dass der in der shell ist und dass die shell dann so äh dings dass er aus der shell rausspringt an der Stelle aber das tut er nicht er zündet einfach darüber ja so bringt mir das überhaupt nix ja geht halt nicht habe ich schon was falsch gemacht an der Stelle ja schon lange schon okay schon lange aber nicht jetzt da weiter oben oder so nee aber du möchtest eigentlich mit der kugel da längst hoch springen scheiße das ergibt verdammt nochmal sinn oh nee da hätte ich ah fuck ich bin absolut nicht zufrieden mit dem level das ergibt sinn mist ah ich muss wieder hoch okay dann will ich den cooper noch gar nicht nutzen ach so nee aber ja aber jetzt achet er auch nicht ich brauche weil da musste ich die kugel gleichzeitig mit dem mach ich das denn jetzt also ich meine ich kann so und dann kann ich da hoch aber dann ist der, & Ah, ich kann die Kugel nochmal reinladen lassen. Ja, das hast du gut erkannt. Deswegen ist da oben eine Lücke. Sonst bin ich nicht zu hoch. Also, sonst bin ich zu hoch. Ja, und wenn der Kugel jetzt nicht runtergefallen wäre, dann hättest du ihn sogar dabei. Oh, shit. Nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist. Ja, doch. Shell? Oh, okay. Ja, die hast du offgescreent. Oh. Ist das gut, dass die Kugel da nochmal kommt? Willst du sonst zurückkommen? Mit der Shell, aber das war dann wahrscheinlich falsch. Also, Shell hier gegen die Wand pfeffern und so. Aber ich nehme jetzt mal an, ich gucke mal, was jetzt kommt. Okay, da darf die Shell nicht sterben. Ich glaube, hier kommt der Cut-Off. Ja, natürlich. Wo kommt Cut-Off? Wird gar nicht erst die Mühe gemacht, das zu fixen. Ich verstehe. Wieso darf ich es dann überhaupt spielen? Wieso darf ich nicht gleich das neue spielen? Weil ich deine Meinung ja gerne zu dem Level haben möchte. Ach so. Vielleicht findest du ein anderes Jahr so schrecklich, dass ich es mir nochmal anders überlege. Naja, also mit deiner Argumentation verstehe ich schon, was du gesagt hast, so. Ich fand das Level jetzt persönlich nicht schlecht zum Spielen oder schlimm zum Spielen oder so. Aber wie gesagt, ich verstehe, was dein Problem mit dem Level ist. Und wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann... Ja. Wieso kommt die denn nicht? Ach, ich muss die erst reinladen. Ah, shit. Ja, ich... Du könntest auch abwarten, bis der Stern vorbei ist. Dann hast du hier nicht ganz so viel Stress. Das ist wohl wahr. Come on! Mein Ernst. Ja, es sind schon viele Sachen, die man... Wozu waren jetzt die Koopas da? Das habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Oh nein. Damit du dich da nicht softlocken kannst, wenn der P-Switch ausläuft. Ah, okay. Ich glaube, das reicht dann auch für einen Part. Ja. Ja, vor allem, weil du ja weg musst. Ja, vor allem, weil du das Level jetzt nicht noch mit dazu spielen willst. Also, wenn du mal reinschaust, dir wird es gleich vergehen. Nee, wenn ich da jetzt reinschaue, dann habe ich wieder... Komm, ein Versuch. Einfach nur, damit du siehst, was das Gimmick ist. Okay, Sariel hat gesagt, ich soll reinschauen. Mir wurde letztens gesagt, immer wenn ich reingucke, dann wird das Video länger. Nein, gut, dann gucken wir nur ganz kurz rein. Kommt ein Coinsnake. Nö. Vielleicht hast du es unten langfahren sehen. Keine Coinsnake. Bisher sieht es doch ganz angenehm aus. Hast du gesehen, was da unten passiert ist? Wo unten? Mach mal Retry. Warte, lass mich mal kurz spielen. Also, ich nehme an, dass halt irgendwas anders ist, als was ich jetzt spiele. Aber bisher ist es angenehm. Oh. Ach so. Ist das auf Zeit? Ja, Wasserlevel auf Zeit. Ah, okay. Ja gut, aber was... Wir müssen beim nächsten Mal viel Spaß haben. Wasserlevel auf Zeit mit Safestates ist doch gar nicht so schwierig. Das ist eng, Conan. Probier das gar nicht erst. Was meinst du mit das ist eng? Zeitlich eng. Ach so. Ja, okay, aber ich meine, bisher kommt... Solange ich jetzt nicht hängen bleibe, kann ich ja mal spielen. Und dann sehe ich ja, wie eng das Ganze wird. Und bisher nämlich komme ich ganz gut durch, meiner Meinung nach. Gehe ich da oben rum wahrscheinlich? Richtig. Oder natürlich, du packst ganz viel Skill aus, dann funktioniert das natürlich. Ja, ganz viel Safestates, aber ja. Aber wird schon eng. Also. Ah, der darf den Fisch nicht fressen. Äh, den Stein. Richtig. Okay. Das glaube ich schon zu langsam. Ja, aber, aber, aber es sieht machbar aus. Kommt da direkt danach der Midway? Da kriegst du im nächsten Part ganz bestimmt hin. Kommt da direkt danach der Midway? Da kommt dann der Midway. Dann spielen wir doch noch bis zum Midway. Dann habe ich das Level jetzt schon angefangen, dann kann ich jetzt auch bis zum Midway spielen. Also, ich muss, also es kann jetzt wieder meine Einbildung sein, aber es kommt mir jetzt nicht so schlimm vor. Ich kann ja nicht allzu viel anders machen. Ja, das war halt kacke. Aber ansonsten komme ich doch hier ganz gut durch. Nein! Kam ich doch hier ganz gut durch. Das war schlecht. Also, es sind halt nicht so viele Stellen, wo man was machen kann anders. So, das ist das, was ich meine. Naja, ohne Safe States kann man halt an sehr vielen Stellen hängen bleiben oder drauf gehen und ja. Das ist klar, aber so, das war halt schon machbar. Jetzt nur noch darüber kommen. Das ist zum Glück sehr kurz. Okay. Gut. Ja, dann hast du noch ein halbes Level geschafft. Das ist doch auch was wert. Yay! Okay, so, da geht's dann nächstes Mal wirklich weiter. Danke für's Zuschauen. Oder du schaust doch, wie man den Mond holt. Haha. Wo ist der Mond? Schauen wir nach rechts. Achso, hätte ich jetzt... Ja, sag das doch. Dann hätte ich das Randach gespielt. Ah! Nein! So. Yay, alles achieved, was man achieve und kann in diesem Part. Yay! So, okay. Jetzt aber danke fürs Zuschauen. Und tschüss!